Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind hier in Gizhammer Lukas Grotte und sind im letzten Part leider Gottes gestorben, komplett ausradiert worden. Ich möchte gerne mal die Tür hier probieren. Ja, Glocke läuten. Ich hoffe, das ist die Glocke oder besser gesagt die Tür, wo wir zu den beiden Mogles hingelangen. Ja, Gott sei Dank, das war richtig. Puh, Glück gehabt. Hallo ihr zwei. Moguta, Kupanüsse sind lecker. Kubo, schmecken die Kupanüsse auch so gut? Na klar. Ey, du gefällst mir. Na, wer glücklich? Vielen Dank nochmal, Kubo. Von jetzt an können wir bestimmt ein glückliches Eheleben führen. Oh, das ist gut. Mal Mognet schauen. Ein Brief von Modon, Kubo, bestimmt einen Glückwunsch zu unserer Vermählung, Kubo. Lassen wir uns sofort zusammen lesen, Kubo. Das diesjährige Jagdfestival in Lindblum war ja sowas von aufregend, Kubo. Die höchste Jagdmunktezahl betrug unglaubliche 233 Punkte und gewonnen hat jemand namens Titane, Kubo. Damit hat er sogar den Vorjahresrekord von Wena mit 154 Punkten weit hinter sich gelassen, Kubo. Ich kann mich noch gar nicht, ich kann mich gar nicht mehr einkriegen, Kubo. Nun ja, leider keine Glückwünsche, aber dennoch sehr interessant, Kubo. Du hast ja noch was für uns, ne? Ah, wir haben doch was in Verwahrung. Okay, aber speichern wäre gut. Speichern wäre ganz lieb und gut. Und zwar hier hin. Sehr gut. Tschüssi. Und dann noch hier rauf. Da ging es, glaube ich, rauf. Ja. Draußen ist gefährlich, Kubo. Schau mal raus. Okay, da geht es wirklich ganz raus. Da gehen wir wieder rein. Aber hier oben sind, glaube ich, ganz fiese Monster. Die können mich, glaube ich, noch gar nicht so leicht besiegen. Noch einen Augenblick. Kubo. Kubo. Nimm das hier als Zeichen meines Dankes, Kubo. Messias-Glocke erhalten. Und bring mir doch wieder ein paar Nüsse vorbei, Kubo. Ach so, das war er, Kubo. Er hat sich jetzt gut als seine Frau ausgegeben. Perfekt. Ich habe vorhin aus Versehen, als ich nochmal die Truhe geöffnet habe, einen Skeleton gepullt. Und ja, Freya hat dadurch, als wäre die Licht, erlernt. Und jetzt möchte ich noch schnell nachschauen, ob die Gute nicht noch etwas anderes anziehen kann. Ach so. Na, schaut eh nicht so aus, ne? Nö. Na, dann passt das schon so. Oh, die Gemeinstiefel. Oh, die Gemeinstiefel. Fuh, die habe ich komplett vergessen. Ich depp. Die werden natürlich angezogen. Du vielleicht auch? Holzauge. Jo, das machen wir mit. Passt. Ich bin ja so ein Profi. Übel ist das. Ja, und wir werden die... Warte. Nicht aufmachen. Wir schauen wie eigentlich gesundheitlich aus. Katastrophe. Äh, ich gehe noch schnell mal gesund machen. Wir werden jetzt wahrscheinlich etwas pullen, fürchte ich, weil ich so schlau bin. Ja. Ich bin nämlich Professor Schlaukopf. Ähm, ja. Das war jetzt natürlich unabsichtlich. Oh nein, die Schnäpfen. Die mache ich jetzt fix und fertig. Ich hoffe... Ich hoffe nicht, dass sie irgendeine Fähigkeit hat, die ich nicht mehr brauchen kann. Ansonsten muss ich später nochmal hierher zurück. Ja, und jetzt natürlich Vivi, ne? Vivi fährt jetzt weg. Nein, doch mal nicht. Falscher Name. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen vielleicht eventuell die Kürbisfalle. Und dann immer Spruch. Und auf jeden Fall Angriff. Wow, 311 Schaden. Oh, das war jetzt echt viel. Vielleicht können wir den Schopper doch noch fressen. Ja. Und da heilst sich ja schon, der Zwischenknill. Ssssss. Ja, mal schauen. Vielleicht haben wir Glück. Und sperren. Ja. Die sind wir noch nicht hin. Ich war viel zu zünderlich. Ja. Level 3 Deflex. Wow. Ja. Ja. Bravo, bravo, bravo. Bin ich froh. Ich hab's voll hingehauen. Mit dem hab ich nicht mehr gerechnet. Phoenixfeder. Potion. Und über 700 Gilt. Fesch. Boah, ey. Geilo. Damit hab ich nicht mehr gerechnet. Ja. Supi, supi, supi. Äh, ich bräuchte bitte einmal ein Zelt. Entschuldigung. Ja, bitte einmal. Oh, ist das gemütlich. So, dann tun wir trotzdem nochmal speichern, weil das jetzt echt gut lief. Ich will den Spielstand da jetzt nicht irgendwie ruinieren oder so. Das heißt, wir tun speichern. Und zwar hier hin. Boah, ich freu mir. Das hat super hingehauen. Damit hab ich nicht mehr gerechnet, ehrlich nicht, dass das noch was wird. Tschüssi, ihr zwei hübschen Gemma Gemma Vollgas. Bam, bam. So. Susan, öffne dich. Beide Glocken läuten im Einklang. Die eigene Glocke zerfällt zu Stau. Wie alle anderen. Sind sie nun nur noch ein Häufchen. Stopp. Was ist passiert, mein Bester? Freya. Seid vorsichtig. Die Zahmerluke wird von zwei kleinen Clowns kontrolliert. Das ist völlig von Sinn. Oh, scheiße. Was war denn das jetzt? Die Zahmerluke nehme ich mal an. Das hört sich ganz nach einem Bosskampf an. Oha. Servus. Boah, das sah mir schon toll aus, ey. Servus. Joa. Servus. Ähm. Gut. Essmagie, ich nehme an, du bist ein Drachilein. Oder eine Schlange, irgend sowas. Ähm. Auf jeden Fall Stipitzen. Auf jeden Fall. Ähm. Würde ich sagen, ja. Level 3. Endlich. Okay. Ich hoffe, das ist was Gescheites, was du da machst. Wasser. Joa. Badambabam Super, immer auf dem chulen Hm, ich hab kein Bock mehr. Bam, bam, bam. Da, da. Bam, bam. Ich hab auch kein Bock mehr. Ja, das ist blöd. Ach, was war das schnell? Ich vergesse das immer. Ich glaub, Echo Kraut. Schauen wir mal. Uh, jetzt geht die Trance los. Trance. Ich würde sagen, nochmal springen. Diebstahl fehlgeschlagen. Das gefällt mir nicht. Verfehlt, weil das, glaub ich, so so weg ist. Aber bei dir möchtest du gern probieren. Du hast ja eh noch drauf. Ich glaub schon, dass es das war. Ich hoffe halt. Ach, komm. Das darf ich nicht angreifen, wegen dir. Weil du es nicht gepackt, kriegst du es zu Stipitz. Oder was? Witzkirchen. Wirkungslos. Stipitz, bitte. Zitane. Zeig, was du kannst. Oh, immer noch die Hilfe eingeschaltet. Entschuldigung. Äh, heilen wäre auch mal nicht schlecht. Das ist jetzt echt mein Zug. Jetzt geht das alles flöten. Hatte jetzt Stipitz? Ich weiß das nicht. Ah, ich bin da drauf geachtet. Scheiße. Puh, dringend heilen. Ich hab schnell fehlgeschlagen. Scheißendreck. Was macht denn Kivina da? Ach so, dass du dich schützen? Quasi Kopf in den Sand? Ja, war logisch, dass er verleckt. Was kann das Elixier eigentlich? Das ist, glaube ich, jetzt ein besserer... Ah, KB und MB Heilung. Okay. Würdest du es mal einsetzen? Okay, ja. Na, und wieder verdrückt. Das darf hier echt nicht wahr sein, zum Beispiel. Okay, ich hab Glück. Stipitz, das war echt Zitane. Was kannst du eigentlich? Das ist hier die Frage. Stipitz, den Dreck. Ich werd' das Träuberauge mal einsetzen, wenn ich schon Wasser hab. Vielleicht zahlt sie's gar nicht aus, es zu stehlen. Und später dieses Kackwasser. Diebstahl fehlgeschlagen. Jetzt setz ich mal Läuberauge ein. Mal schauen. Äh, Abwehr. Mal schauen, was der Depp noch hätte. Bam. Die arme Freya vorhin auf die Fresse bekam. Das hast du denn jetzt schön, dass du Depp. Gletscherstock, Filzhut, zwei Dinge noch. Boah. Das ist natürlich jetzt nicht so klar. Das hat er irgendwie Augen auf. Was kann das? Man ist im Angriffsvorteil. Und das hat er nix. Stipitzen. Ähm. Ja, Filzhutsch nochmal. Das ist gut. Äh. Abwehr. Gletscherhammer Glück. Und es geht sofort dem Gletscherstock nach, weil den würd ich unbedingt brauchen. Mit Liebe würd ich den gerne nehmen. Weil unser kleiner, süßer Vimy hat den sicher gut gebraucht. Die wär das auch ganz lieb, wenn er das klickt, bevor uns die Heil-Ethens ausgeht. Ich stelle Fehlgeschleiß. Das ist ein ganz großer. Der Filzhut wär noch verschmerzbar gewesen. Verstehst? Aber den Gletscherstock, ich weiß, den kann man später auch kaufen. Aber ich hätte ihn schon gerne jetzt sein, dass du kriegst. Das hat's schon gekonnt. Oh Gott. Echt? Stipitz, den Dreck. Ach komm, Zytane. Das ist jetzt aber schon lächerlich. Und peinlich oben rein. wieder fehlgeschlagen. Das ist mir echt ein Rätsel. Stipitz, den Dreck, bitte. Das ist echt nett. Und wieder fehlgeschlagen. Das ist sehr unglaublich. Ich hau wenigstens Zytane, dass er die Trends kriegt, damit es zumindest die Witze, glaube ich, besser geht. Ich glaube, da hat es 100% steht, oder? Zumindest zu einer höheren Chance. Ich hau wenigstens Zytane. Komm, das kann jetzt seit ewig dauern. Gib mir den verdammten Getschi-Stock. Dann bringe ich auch dafür um. Boah, ey. Übel ist das, echt. Ha. Komm, Zytane. Das ist echt übel. Bursche, du machst mich narisch. Stipitz den Dreck jetzt endlich mal. Boah. Ganz ehrlich, das macht so keinen Spaß. Ich habe ihn einfach mal so ein bisschen. Ach, komm. Autsch. Ah, jetzt haben wir die Trends. Vielleicht habe ich jetzt ja Glück. Oder wir. Vielleicht haben wir jetzt ja Glück. So muss ich sagen. Ha. Übel. Nein. Keine hundertprozentige Chance. Ebenfalls weiterhin glücksabhängig. Kack, Getschi-Stock. Echt. Und damit haben wir Eisra. 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 Eisgabern, glaube ich, die Größe, oder? Umgekehrt. Jedenfalls können wir eine bessere Eisattacke lernen. Aber das geht halt nur, wenn die Kacke endlich droppt. Ach, komm. Bitte. Tu's für mich. Na, Chancen was. Ich glaube, da können wir langsam sieben. Das ist echt schade. Ist wirklich schade. Und wieder fehlgeschlagen. Das darf doch nicht wahr sein. Echt? Ach, komm, bitte. Das ist unglaublich. Und der prallt damit, ein Meisterteam zu sein. Verstehst du? Alles genug. Hallo, Titane? Ich glaube, ich sehe jetzt noch mal ein Räuberauge ein, für die besser funktionieren. Zuerst das Räuberauge einzusetzen, was ihr eigentlich mit nichts bringen tut, aber glauben wir mal an das Gute. Im Dieb. Ich meine, normalerweise hat die Fähigkeit keine Auswirkungen auf die Drockschance. Na, ich fange langsam an alles klau, Mann. Komm, komm, komm. Boah, ey. Da kriegst du dir echtes Kotzen. Ich hab das gewusst, ich hab dich nicht mehr mitgenommen. Echt. Zum Heilen. Das ist echt übel. Du bist schierst einer Gletscherstock. Das darf echt nicht wahr sein. Brauche ich den ganzen Part dafür, nur dieses depperte Gletscherstock zu kriegen? Ich bin sprachlos. Super. Äh, Titan hat auch abgewehrt? Warum? Super gemacht, Zocki. Bravo. Fast keine Potions mehr. Ja, jetzt muss ich ihn abbringen. Es gibt's ja nicht. Es ist einfach unglaublich. Der hilft wohl leider nichts. Der lässt sich nicht schipitzen. Ich habe mich den ganzen Tag Zeit. Einmal will ich's noch probieren. Sehr wurscht. Super, es geht wie Quina auch noch drauf. Es geht auch von uns. Er kriegt es nicht gebacken. Das ist interessant. So hartnäckig war, glaube ich, auch noch keine Intervissier. Das ist auch in meiner Vergangenheit. Wüsste ich nicht. Dass du da 300 Versuche brauchst. Ich muss ja mal schauen, was kann eigentlich sammeln. Steigert die Zauberkraft. Okay. Ja gut, machen wir mal. Das ist ja nicht. Was ist ja nicht so gut? Es ist nicht zu glauben. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich mache ihn jetzt fertig. Ich habe keine Zeit mehr für sowas. Echt, keine Zeit und Bock auch nicht. Dass es sowas gibt. Das ist echt scheiß wichtig. Hier müssen wir den Menschenstock woanders herkriegen. So was. So was Unglaubliches. Uh, er kann auch mal eine andere Attacke. So was. Blip, 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 blip. Blip, blip, blip. Blip, blip. Ah, Gletscherstock. Ja, Gletscherstock. Uhuhu. Gletscherstock. Ja. Dass ich das noch erleben darf. Gletscherstock. Ich glaube, ich bin... Gott sei Dank, Alter. Jetzt bist du dran. Na, nicht. Vivi ist dran. Na, großartig. Müssen wir den noch schnell aufpippeln? Oh, ich bin ja nicht jetzt wieder. Ich hätte warten sollen. Ja, siehe geht da wieder auf Vivi. Das ist ja fiese, dreckige Mistkuh vom Gegner. Das ist ja nicht erscheinend. Ich habe wieder keine Blätter. Nein, nicht einmal, oder? Puh. Lebt sogar noch. Aha. Auf wen jetzt? Okay. Bitte heilen. Heilen. Also wiederbeleben. Danke. Alter Schwere. Noch mal schnell zu da rein heilen und dann geht's um. So, Vivi. Gleich mal wieder mit Blitz. Dann, hier kommt. Kann ich mal meinen. Lass, hau, Blitz nicht springen. Du musst mit der Kübis fallen. Freya rutscht dann gleich wieder in die Lüfte ein. Gott sei Dank, der bekommt einen ganzen Part lang nur für diesen dämlichen... Alter. Das ist ja unglaublich. Hat sich was gebracht? Ich habe es nicht gesehen. Oh, der verträgt echt viel. Und Vivi. Ha, ja! Ja, 180, das ist schön. Überschall. Großartig. Hm. Das heißt, wieder Echokraut. Da-dam, 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 da-dam. Und, bitteschön, Speer und so. Oder auch nicht. Nochmal. Alter Spinst. Alter, sofort. Nehm. Gott sei Dank, er ist hin. Er ist hin. Er ist hin. Passt. Er ist hin. Nicht mit zufrieden. Sehr gut. Boah, schick. Das war heftig. Die Hymne haben uns jetzt verdient. Sehr gut. Wie schon Gitsamer, wenn schon Gitsamer Luke von Sinnen ist, dann verheißt dies nichts Gutes. Der König ist in Gefahr. Nanu? Große Zitadelle Südentor. Hinter diesem Südentor liegt unser Königreich Alexandria. Was hat er denn da mit? Zu kurz geradene Wache. Bist du denn, äh, was bist du denn für einer? Zu lang geradene Wache. Was willst du an einem Ort wie diesem? Mir kam zu Ohren, dass noch Arbeiter für die Wiederaufbauarbeiten des Südentors gebraucht werden. Für Unterkunft und Verpflegung werde gesorgt, hörte ich. Und so habe ich gleich meine sieben Sachen gepackt. Ei, wenn das so ist, dann sag das doch gleich. Nach dem Unfall laufen die Reparaturen nun schon seit längerem, aber sie werden einfach nicht fertig. Aber wir müssen vorher dein Gepäck durchsuchen. Ist nichts Persönliches, gehört nur zu den Vorschriften. Hm. Wenn's sein muss. Aus Sicherheitsgründen musst du aber fünf oder sechs Schritte zurückgehen, gehört auch zu den Vorschriften. Zwar nur einer Steiner. Das reicht schon. Nichts für ungut. Gehört auch zu den Vorschriften. Wir können uns ja derweil ein wenig unterhalten. Grummel, Grummel. Jetzt sind mir die Hände gebunden. Wir mussten unsere Kontrollen verstärken, weil nach einem jungen Mädchen und einem Mann in mittlerem Alter gefahndet wird. Mann. Mann. Was... Mann. Was ist das denn für ein Mörderknoten-Fummelwort? Ja. Und angeblich soll dieses junge Mädchen der Prinzessin von Alexandria verdammt ähnlich sein. Endlich habe ich den Knoten aufgekriegt. Aber es ist doch die Tochter von Königin Brane, oder? Ich kann gar nicht glauben, dass die so hübsch sein soll. Hm? Was zum Ratzinger ist denn das? Bei meinen langen Beinen. Was ist denn dieser... Dieser... Boah. Dieser ekelhafte Gestank. Doch nicht etwa Gift. Was hast du damit vor, du Wahnsinniger? Sprich! Gestank? Bedauere. Etwas Stinkendes ist nicht in meinem Besitz. Ach, das sind doch diese Dinger, die du nicht magst. Eine Spezialität, Lindblums. Die berüchtigten Schweißgurken. Aber gleich einen ganzen Sack voll ist schon heftig. Es ist meine Lieblingsspeise. Ohne sie bin ich morgens beim Frühstück völlig aufgeschmissen. Hm. Schon gut, schon gut. Du darfst passieren. Und vergiss ja deinen Sack Schweißgurken nicht. Ich bin euch zu äußerstem da. Hm. Ja. Schönen Dank. Endlich sind wir im Inneren des Tores, genau wie die Prinzessin es geplant hatte. Respekt, Prinzessin. So. Und jetzt nur noch einen Ort finden, wo keiner herumlungert. Der abgelegene Durchgang dort ist doch ideal. Aber das junge Fräulein und der Mann sind ein wenig im Weg. Ja. Und somit haben wir Gezahmerstluke auch geschafft zu besiegen. Ähm. Haben noch Gott sei Dank den Gletscherstein, äh Stein genau, den Gletscherstock bekommen. Eine neue Waffe für Vivi. Und ähm. Ja. Ich würde sagen, nachdem das Ganze so gut lief, beenden wir den Part. Ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.